Wir haben einen LKW bis auf die Mauer gefahren. LKW voll mit Bomben. Vorher war alles gestört. Jetzt hat man alles in den alten Ski wieder aufgebaut. Die Bombe-Explosion war hier. Die Terroristen bräuchten lorries mit Explosives und es wurde ran unter die Wand. Die Konzeption war wirklich damit. Die Bombe-Explosion war hier. Hier ist der älteste Teil von dem Tempel. Wir haben diesen gelben oder goldenen Dach von draußen gesehen. Das ist der Dach von diesem Teil. In diesem Teil ist der Sahn von Unteraukör. Nachher gehen wir nach oben und können sehen, wo der Sahn ist. Aber der Sahn sieht keiner. Sie sehen die Steinsäule. Oben auch die Steinsäule. Alles aus Pilkholz gebaut. Die Naturfarbe hat man hier genutzt. Die Malereien alles sind etwa 1.600 Jahre alt. Und da haben wir die vergoldete Umsäunung. Und die goldenen Dach von draußen haben sie gesehen. Wir gehen nach oben und sehen, hier wo der Sahn ist. Aber da ist nicht ein. Wir bekommen keine Gelegenheit, den Sahn sind zu sehen. Das ist die älteste Teil des Tempel. Wir sehen, die goldenen Dach von draußen. Das ist die Dach von dieser Dach. Und Sie sehen, die stone Pillen. Auf der Steinsäule haben alles gegründet. Das ist die Dach von draußen. Das ist die Dach von draußen. Das ist die Dach von draußen. Hier ist Noshmen und die Water-Lilies.